ja ich bin der Mühle in der Mühle Mühle hier Mühle in der Dortmund ich brauche so weiter scheußt vorgegangen die Natur er du hast du auch gebeten sie ist nicht dass sie mir ist mit der Gäste da und der alle gecheckt so gut was du du betort doch das ist bei Schuhe der Wart der Wart nach der Kug stehen das wäre so geil und ich kann ich habe mir das wird was ich extra auch nicht gleich kommen in die Stadt die Dacus Leiberspeicher in der Küche Althauser Spindbein so jetzt kann man hier eine Mitte wie es ist und erlaubt ich habe keine Sache mehr als Trau und darauf zu sehen zu tun du kannst es nicht schweißt du magst der da was für ein Volk oder mit 5 und haupten es wird um sind Prozent wenn ihr aber es noch unten und was vorher und dort haben und ganz schön du musst du abrufen abrufen Korn und Eichwörter sind sinnlos jetzt hat er zu machen wenn ich du werde wenn ich würde ich würde ich würde ich ja Simon zum Garten zum Fenster rausschmeißen ja als gern Höhen von Hitze und den dann seinen Sachen kam so wie bei der Zeit genauso da wenn ich er nur ein Teil zwischen uns bleiben sie müssen stand auf wo war es doch was ich was du lebst nicht ja ich weiß es geht also zu gehen wenn er die sich kreuzten wenn er die ihre lieben sich kreuzten wenn er ausfüllen wenn er die kreuzten aber eben kreuzten der schlauermann mit und umfrau wird umfauen mann man kann auch nicht klar man mit der dummen Frau aber er wird uns wohl auch okay das geht das schlaue Anweserke macht es nur schlimmer wir haben Kollegen Schau auf dein Handy ja Schau schau Pumpkins mal egal das ist nur eine Abwechslung nein 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 da da schwöre ich dass wir Freunde haben das ist Simon er hat mit Dachkotters und Freude er hat auf dem Punkt könnte ich verzichten also bei der Ecke die Parabelle der Ecke Kripp die Kripp wer du bist zu stellen sie eigentliche Regenung und schlachten Partier kann ich reden ich habe ein Penis von unserer Austausch von zu von unserer Hütte gebaut schön an der Aßen die Schuhe Jungs jetzt da werde ich nicht mehr so fokussiert spielen könnten wie ein schönes ein schönes Dorf bauen es ist ja Alter das ist nicht gut nur abzuhören nein du darfst keine Fantasie als sie als die Chance die so ist ein Mordstor war es komisch aus dem Land da wird der Fakt ist es nach wie ein Gulen hier was jetzt gesehen Ein Golem Nein, schon wieder? Ja, das ist ein Golem Hast du jetzt Golem? Kann jetzt Golem spawnen? Entscheint schon Vielleicht sind das Dörfer Wir haben auch wieder einer im Wasser gefunden Ich weiß Ich war zufälligerweise dabei Nur zufälligerweise Was machen wir denn jetzt? He, er schaut wo er euch zeigt Sucht uns! Versteckt euch! Yay Ja What the f*** Yay Hey, der Golem ist Florian, Simon Wie er da vor dem Fenster ist, die Landschaft begutachtet Okay So, dann haben wir hier ein bisschen Fleisch rein Ja, hast du erst gesehen, dass wir Freunde haben? Hast du's gesehen? Hast du's gesehen? Wir antworten beide nicht Du hast keine Freunde Du nicht Wenn ihr werdet, welches Level bist du eigentlich? 18 Ha! Level Null Und du's? Und du's? Ich? Aber eben Machen wir eine Schneeballschlacht Na klar Nur Eko Etro Lukas mit Schneeballschlacht Okay Wir haben es so mal bei uns Und das so Äh, soll man mal hier noch Neu 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 Nein, dies Wochenin ... 잘 Neu Neu Le zur Hölle ich bin auch auf eb er ist seit ich hätte da ihr habt verloren jetzt kann es nicht mehr sein so nein ich habe mich persönlich hätte ich nicht gestorben und von dieser Regel da das dass das dann habe ich nicht gehören und wird auch noch kürzer da kommt was läuft aber es ist bei der Hand Hahahaha hat gesehen wenn das ist nicht daran aber auch er wird auf euren Lager aufpassen wird das wieder ihr könnt ihr noch nur mal er könnte noch ein bisschen so tun als mit dieser spielen aber die Welt durch vielleicht beklaut klar eben bei er ist gerade neben mir das ist das in Sturm Holtz diese Koalition Petsch fürgelen doch komm 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 von Köln sie kommt schon zufrieden zu überwarten ich geht es in die Uhr waren Frau das Leicht an jemand ist die Schwede Dunkelheit der Bezirk ab und die Wunschbewerbe von Ihnen kann der Stiere 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 das kommt so schwer aus sich sicherlich sein aber ich habe Angst vor ihm steht 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 wo es der Pro in der Mitte der schon so verkauft sich über ein Lager ja wie wie sie in der Staten sie haben nur tausende von der ersten meine Kuh hat die zwölf Diamanten oder so dass in der in eine Kiste glaube ich wir haben sich gar nicht jetzt zurück ich habe auch an ich werde der Konto fehlt nicht das wäre so geil warum er es ist so geil ich habe einen der Stiftung fiktig das sagt sogar der eigene Teamkollegen ja das wäre lustig ich schätze das wäre wirklich lustig wenn wir mal an der Anbieter nicht so hat er nicht war nur nur ja verlassen die Rentenwächse auch nicht ich habe das da hast du recht ich habe auch mal ein bisschen auf die Bühne aber man ist bei dir du kann ja schon wieder wieder zum Haus laufen auch es ist er bringt wer letztlich stürdig zu tun wir sind lang wir haben ja ich habe es gemacht ist auf meiner Karte ja wo er vielleicht nicht die nach der Niederlande noch gut zwei hundert zwanzig Meter Blöcke 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 Lukas Blöcke das ist ein Unterschied so ein Verzüglicher Unterschiede Watt der ich werde der Kommission mal rein und kennt mich kann da gar nicht aufs Wetten ist zu tun der ist das wäre geil denn was du draußen der warum mal auf den Weg und aus der Welt erhältlich hätten Kommandorin und freundlich waren ein einfach immer geradeaus hier so wie er war es sei ich ja die Akkorde sind in den Jahren man sagt mir kann es alles aufnehmen was ich in der Kiste aber es ist die Grieber hinter der Lenz den Diamanten das ist 13 zählen nie werde ich heute nicht gestorben und muss die Türen ist die Türen die Tätigkeit und die Beckenheit schwer hat oder pickaxe Prozent er kommt schnell rundherum es nicht mehr so wo mein Gang ist dort habe ich eine Kiste mit allem was ich habe bis jetzt Niederland und was er macht jetzt da im Haus bei uns dann nicht die die Nürnberg selber machen und wirklich kann es machen Wir machen ein bisschen Afiolo Jolo Ja, die ganze Zeit Ah, fuck, da oben sind wir schon bei den nächsten Kriegern Das macht irgendetwas schlaues in Polen Ah, der Gott, dieser Penis hier Jolo Wie bist du dumm dafür? Das stimmt, ich habe schon einen Penis gebaut, das ist schon etwas Ja, eben Das ist schon ein guter Anfang Oh, yeah Weil, wieso sind Sie ein Treeper in unserem Haus? Nein Was? Zur Hölle Bei uns zu Hause, wo ihr nicht seid Ja, wirklich Das ist übrigens die Amtseus aufzunehmen Ganz ehrlich Einbauen Ja, wir haben keine Tür mehr Ja, jetzt wieder Wir leben die Halle und Ohl Oh mein Gott Nee, komm Der regens so aus Ja, ja Nein, das ist ein geiler. Das soll Simon und dich töten, dann ist es ein ... Nein, natürlich nicht. Ich schlage den Endermen. Ich schlage den Endermen. Ich schlage den Endermen. Ich schlage den Endermen tot. Der Endermen steckt ja dich, ganz ehrlich. Ja, ihr seid einfach Noobs. Noobs. Alter, was schlecht das Schreller da ging. Ich hab 16 Diamanten. Rauf, lauf! Noobs. Nee, das war nur Noobs. Wie meinst du jetzt? Sind wir jetzt Noobs? Ich hab einfach nicht verstanden, was du gesagt hast. Janni Lager, nicht? Da mach ich nur weh, das ist kein Wesen, das... Wie... Ich darf doch nicht so ... Das mache ich ein bisschen schwerer machen. Wie? Ich hab, ich hab ein paar Zombie-Eier in die Hand. Oh Gott! Ja, 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 ich helfe mich. Ja, 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 ja. So, was... So, was wird... in dem Leben war Städtel ein paar das war die Redaktivität und der ist der Welt der Rede der Erdspieler ist fast da und ich glaube für ja ich bin mit mir ich habe ich will ich glaube ich habe nur gefunden aber dass das ist der Dörter dass er da aber das ist doch ich habe mich verwehrt euch beim Haus auch ich seit dort auf den der penis zeigt immer an wo und zuhause ist der Kompass gut abtrennen nicht die Liebe viele Leute haben sie ja ein Buch wenn es auf der Kugel hoch das ist das von mir aus der Zeitpunkt auf ja ganz scheiße die aufgenommen um Prozent wo Kripp das gut ist gut und auch dies auch da muss ich sehen die Wiese gar nicht sehen ganz ehrlich warum er heißt so ist es geblockt mit Kornal dort ist alles für ein Arsch gewesen so wie der Führung Jolo Aufnahmen A-Gott das kann man kein Hartkommen mehr als das ist so was ich bin stolz auf euch dass sie das so gut in den Bühne ich kann noch gewinnen Leute ja glaubt an euch das ist da konzentriert euch nach Gott was man jetzt nicht auch nicht wenn ihr sonst alleine mein Kopf schön der sterbliche das Haus und waren die Hälfte schon in der ersten Aufnahme wenn mir nur nur als auszuhören sind es ja schon verzehrt mal weiter wenn ihr aber auch die jünger stelle wird der wettbewerb der größte verteilt und alle wenn ich möchte bei der ersten folge und mit der noch mehr geworden für der wohnstecke zurück ja weil wir haben abgemacht mit 30 minuten wir haben wir gar nicht haben die nicht so hoch wenn ihr werdet ab jetzt wieder ausgeschlossen er hat einst mehr Naja Nürkass, halt deine Fresse! LOL! Du fickst dich! YOLO! YOLO! Ich wusste nicht, dass ich mach' das Ich will! Das hat gerade gut getan! Das hat gerade gut getan! Ich hab' den Frieden! Loll! So. ��-loll-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Loll-la-la-la-la-la-la-la! Das ist ja auch so! Loll-la-la-la-la-la-la-la-la! Geil! Ey Lukas Lukas! Während die Mannen, rennen weit weg. Und dann sterb! Und dann sterb! Der luchzucker mit dem Mannsprach! auch mann doch gar da kommt so redet man nicht aus auszüttet das war ein Mensch das hat der Bitter war alle oder nicht demotiviert wer auch nicht demotiviert alles ist so ist er noch gewinnen die eine zähle heute ich glaube ich glaube ich glaube nachter aber wenn ich werde gekippt worden hat das dort wie ein Tod dann geworden Leute die jährlich immer noch